Die weltweite durchschnittliche Jahrestemperatur wird nach Einschätzungen der UNO in den kommenden fünf Jahren mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit zeitweise die 1,5-Grad-Marke überschreiten. 1,5 Grad ist der bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 vereinbarte Zielwert für die Erderwärmung. Der Mai 2024 sei der wärmste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Damit sei den zwölften Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord verzeichnet worden. Guterres verglich den Einfluss der Menschen auf die Erderwärmung mit dem Meteoriten, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat die internationale Gemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dabei gilt der Mittelwert in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Jenseits der 1,5-Grad-Marke droht zunehmend die Erreichung sogenannter Kipppunkte, Ereignisse, die unser Klima für hunderte oder tausende Jahre verändern würden. Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung gerät dieses Ziel immer mehr außer Reichweite.